Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir waren oft auf uns allein gestellt, haben uns von rohem Fisch ernährt und mussten schwere Entscheidungen treffen. Abenteuer eben, aber auch richtig schön. Erleben Sie Urlaub neu. AIDA Wir haben gerade Aktivurlaub gemacht, waren fast ständig in Bewegung. Der Tag fing schon mit Sport an. Wir haben viele Kalorien verbrannt und einiges gestemmt. Wir sind bis an die Grenzen gegangen und haben fast alles mitgenommen. Ganz wichtig war auch Beine, Po und natürlich Liegestütze. Wir waren lange auf den Beinen und haben viele traumhafte Ausflüge gemacht. So ein Aktivurlaub, der tut mal richtig gut. Erleben Sie Urlaub neu. AIDA Wir haben gerade eine Wellnessreise gemacht. Mal weit weg von allem. So eine kleine Atempause. Um mal Abstand zu gewinnen. Wir sind so richtig runtergekommen. Mit ausgewogener Ernährung. Viel Entspannungsmusik. Und jeden Tag einer Schönheitsbehandlung. Herrlich, wenn sich mal alles um einen selbst dreht. Also, so eine Wellnessreise, da fühlt man sich gleich Jahre jünger. Erleben Sie Urlaub neu. AIDA